Hallo Leute, in diesem Video wollen wir uns mal genauer ansehen, was wir uns alles von Apple dieses Jahr realistisch erwarten können und was die aktuellen Gerüchte besagen. Eines sollte euch natürlich klar sein, es geht jetzt hier um Überlegungen, Erwartungen und Spekulationen basierend auf den aktuellen Gerüchten. Was wir aber laut Apple ganz sicher wissen, ist, dass die Apple Vision Pro dieses Jahr auf den Markt kommt. Zunächst aber auch nur in den USA, nämlich früh 2024, so gibt es Apple zumindest an. Damit steigt Apple also nach langer Zeit mal wieder in einer komplett neuen Kategorie ein. Und wir haben es eben nach langer Zeit mal wieder mit einem richtigen neuen Produkt zu tun. Laut Gerüchten könnte es jetzt aber sein, dass dann in der zweiten Hälfte des Jahres, also vielleicht Herbst oder eben Ende des Jahres, weitere Länder folgen werden. Die große Frage für uns ist natürlich, ob dann in dieser zweiten Release-Phase auch Deutschland, Österreich und die Schweiz dabei sein werden. Möglich wäre es ja auch, dass Apple mal mit Deutschland beginnt und Österreich und die Schweiz dann in der dritten Release-Phase folgen. Wir werden es sehen und ich bin auf jeden Fall schon richtig gespannt darauf. Vor allem nämlich, wie genau dann die endgültig fertige Vision Pro, sowohl Hardware- als auch Software-seitig, beim ersten Release in den USA aussehen wird. 2023 gab es weder ein Frühlingsevent von Apple, noch kam letztes Jahr irgendein neues iPad auf den Markt. Nachdem beides nicht unbedingt der Regelfall bei Apple ist, stehen die Chancen also gut, dass wir es dieses Jahr nicht nur mit einem Frühlingsevent zu tun haben werden, sondern dass Apple auch wahrscheinlich neue iPads vorstellen wird. So ein Frühlingsevent findet ja typischerweise im März oder im April statt, wobei in der Vergangenheit viel häufiger der März vorkam. Das würde dann wahrscheinlich auch das erste Apple-Event des Jahres sein und gerade da könnte Apple dann eben auch neue iPads vorstellen. Das wäre zunächst einmal ein neues normales iPad, also das iPad 11. Das iPad 9 mit Homebutton könnte dann auch aus dem Sortiment fallen. Im Frühling wird das aktuelle iPad Mini 6 dann immerhin auch schon zweieinhalb Jahre alt. Wäre also gut möglich, dass Apple mit dem iPad Mini 7 den Nachfolger auf den Markt bringt und gleiches gilt ja auch für das iPad Air. Das wird dann nämlich im Frühling schon zwei Jahre alt. Laut aktuellen Gerüchten sollen aber diese iPads, also iPad 11, iPad Mini 7 und iPad Air 6, dann eher so die Standardverbesserungen oder klassische Produktpflege erhalten. Wobei es ja beim iPad Air dieses Gerücht gibt, dass auch zusätzlich eine größere Variante erscheinen könnte. Das Highlight unter den iPads soll dieses Jahr dann vor allem das neue iPad Pro sein. Denn nachdem 2021 und 2022 die Verbesserungen eher nur intern bzw. insgesamt nicht so zahlreich waren, soll es dieses Jahr wieder mehr bzw. deutlichere Veränderungen geben. Möglich wären hier also auch Designanpassungen, vielleicht auch dünnere Displayränder, die haben sich ja seit 2018 nicht verändert. Wovon man aber am häufigsten hört ist, dass das neue iPad Pro ein OLED Panel bekommen soll. Hoffentlich dann nicht nur die 12,9, sondern auch die 11 Zoll Variante, aber darauf bin ich persönlich auf jeden Fall schon am meisten gespannt. Nachdem ja kürzlich mit dem neuen USB-C Apple Pencil nicht sozusagen der neue Apple Pencil erschienen ist, wäre es ja gut möglich, dass sich Apple die Vorstellung eines Apple Pencil 3 für die Vorstellung des neuen iPad Pro aufgehoben hat. Ansonsten gibt es auch Gerüchte, die besagen, dass Apple nach insgesamt drei Jahren auch das Magic Keyboard mal überarbeiten könnte. Also wie gesagt, wir können auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf sein, was uns da letztendlich wirklich erwartet. Was könnte uns dieses Jahr hinsichtlich Mac erwarten? Ende letzten Jahres hatte Apple ja den M3-Chip vorgestellt. Wäre also gut möglich, dass dieses Jahr dann ein M3 MacBook Air erscheinen wird. Neben M3, M3 Pro und M3 Max fehlt ja dann auch noch der M3 Ultra und der könnte dann dieses Jahr in einem neuen Mac Studio stecken. Ein möglicher Zeitpunkt für die Vorstellung solcher Macs wäre dann Apples Juni-Event, also die WWDC 2024. Eigentlich ja eher ein Software- als ein Hardware-Event. Denn wie immer wird der Fokus da vor allem auf neuen Versionen von iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS und wer weiß vielleicht auch erstmals Vision OS liegen. Aber wenn wir mal zurückdenken, letztes Jahr im Juni hatte Apple Vision Pro, das 15 Zoll MacBook Air, den M2 Ultra mit dem neuen Mac Studio und dem neuen Mac Pro und das Jahr davor auf diesem Event das neue M2 MacBook Air vorgestellt. Also neue Mac-Modelle auf der WWDC scheinen inzwischen bei Apple anscheinend nicht mehr so unüblich zu sein. Gut möglich, dass wir also auch dieses Jahr auf dem Juni-Event neue Macs zu sehen bekommen werden. Im Herbst bzw. September wird es dann wahrscheinlich wie immer neue iPhones geben, nämlich die iPhones der 16er Reihe. Nachdem es letztens bei der 15er Reihe feine optische Anpassungen gab, geht man bei der 16er Reihe mal wieder von einem richtigen S-Modell aus. Das heißt neben neuen Farboptionen, die es ja sowieso jedes Jahr immer gibt, eher mehr interne Anpassungen als äußerliche Veränderungen. Das heißt neuer Chip, bessere Performance, eventuell Optimierung der Akkulaufzeit, die üblichen Kameraverbesserungen. Angeblich soll ja dann auch das 16 Pro das Teleobjektiv des 15 Pro Max mit dem Fünffachzoom erhalten. Und erst kürzlich kam ein Gerücht auf, dass wir es dann auch mit einer neuen 24 Megapixel Frontkamera zu tun haben könnten. Höchstens bei den Pro Modellen könnte es dann vielleicht doch auch noch die ein oder andere Überraschung bzw. interessantere Neuerung geben. Dieses Jahr im Herbst wird die aktuelle Apple Watch SE dann auch schon zwei Jahre alt. Zwischen der ersten und zweiten Generation liegen ebenfalls zwei Jahre. Würde also zumindest in dieses Bild passen, wenn Apple dieses Jahr die dritte Generation vorstellt. Die Frage ist natürlich, wie die dann aussehen könnte, denn mit der Apple Watch Series 10 werden ja allgemein umfangreichere Veränderungen erwartet. Bleibt die Apple Watch SE dann so wie sie ist oder wird sie dann vielleicht eher so etwas wie eine abgespeckte Series 9 werden? Die Gerüchte besagen, dass die Apple Watch mit der Series 10, wie auch damals das iPhone mit dem iPhone 10, insgesamt umfangreichere Veränderungen bekommen könnte. Dass Apple dann vielleicht eine neue Apple Watch Generation vorstellt, die wieder die Grundlage für die vielen nächsten Jahre bilden könnte. Also neben den üblichen internen Verbesserungen dann eben auch äußerliche optische Anpassungen. Die Rede ist auch von einem neuen Anschluss für die Armbänder und einer grundsätzlich neuen Generation von Armbändern. Beim Display wird von Micro-LED gesprochen und vielleicht auch neue Sensoren bzw. Gesundheitsfunktionen. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend und ich bin schon gespannt, was uns letztendlich mit der Series 10 dieses Jahr wirklich erwartet. Dann wiederum stellt sich die Frage, was solche Veränderungen bei der Series Apple Watch für die Apple Watch Ultra bedeuten würden. Bekommt die Ultra 3 dann nur die internen Verbesserungen der Series 10 oder bekommt die dann auch äußerliche Anpassungen? Nutzer wünschen sich ja auch schon länger eine kleinere sowie auch eine schwarze Variante der Apple Watch Ultra. Kommen wir jetzt aber zum Thema AirPods. Die AirPods Pro 2 sind Ende 2022 erschienen. Ende 2023 kam dann die USB-C Variante auf den Markt. Es wird allgemein nicht erwartet, dass Apple bereits dieses Jahr die AirPods Pro 3 vorstellen könnte. Die AirPods 3 wiederum werden Ende dieses Jahres dann schon drei Jahre alt. Also wäre schon möglich, dass Apple dann mit den AirPods 4 eine neue Generation der normalen AirPods vorstellen könnte. Ja und die AirPods Max, die werden Ende dieses Jahres sogar schon ganze vier Jahre alt. Auch diverse Gerüchte besagen, dass Apple dieses Jahr die zweite Generation der AirPods Max vorstellen könnte. Immerhin sind die ja auch technisch noch nicht gleichauf mit den AirPods Pro 2. Und gemeint ist damit vor allem der H2-Chip und alle damit vermundernden Verbesserungen. Das heißt, die AirPods Max 2 könnten dann bessere Soundqualität, besseres Noise-Canceling und einen besseren Transparenzmodus erhalten. Die Akkulaufzeit könnte noch weiter optimiert werden. Und höchstwahrscheinlich würde der Lightning durch einen USB-C-Anschluss ersetzt werden. Es stellt sich dann höchstens noch die Frage, ob Apple optische Veränderungen vornehmen würde. Aber zumindest kann es gut sein, dass Veränderungen an den Farboptionen vorgenommen werden. Das iPhone SE 3 wird demnächst zwei Jahre alt. Zwischen dem SE 2 und SE 3 liegen auch zwei Jahre. Wäre also möglich, dass Apple dieses Jahr das iPhone SE 4 vorstellen könnte. Wie das dann aussehen könnte, ist wirklich die große Frage. Ich persönlich würde es für einen Fehler halten, wenn das iPhone SE 4 nur eine intern leicht verbesserte Variante des iPhone SE 3 wäre. Meine persönliche Überlegung oder mein persönlicher Wunsch? Nachdem Apple ja inzwischen das Mini-iPhone aus dem Sortiment genommen hat, würde es sich ja eigentlich sehr gut anbieten, wenn das neue iPhone SE einfach ein intern aktualisiertes 12 oder 13 Mini wäre. Und das dann aber trotzdem für einen typischen Preis eines iPhone SE. Ansonsten kann es ja auch immer sein, dass Apple das ein oder andere kleinere Produkt aktualisiert oder dass es allgemein vielleicht auch die ein oder andere Überraschung gibt. Das also soweit mal aktuelle Gerüchte bzw. Erwartungen an Apple im Jahr 2024. Aber was sagt ihr eigentlich dazu? Was würdet ihr euch wünschen oder was könntet ihr euch vorstellen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos, wo ihr dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.